Diese Felsen, diese Höhe, ein Ort, wo kein Mensch hier gewesen ist. Wo gibt's das noch? Es gibt auf der Erde wahrscheinlich nichts mehr zu entdecken. Der letzte unerforschte Ort der Welt. Espirito es Sala, die Mutter aller Höhen. Das wird dir gefallen, glaub mir. Und was kann beim Hüllentauchen schon schief gehen? Die einen wollen Ruhm und Reichtum. Du wirst kein Rekord ohne mich brechen. Die anderen in die Geschichte eingehen. Kein Forscher auf der Welt wird so verehrt wie dein Vater. Weil er nichts anderes hat im Leben. Er ist ein guter Junge, Frank. Du musst Geduld mit ihm haben. Genau das muss ich nicht haben. Die Höhle kann ich in einer Sekunde töten. Der kleinste Fehler im Innersten unserer Erde. Mein Gott, seht euch das an. Und niemand wird jemals wissen, dass du dort gewesen bist. Hört ihr das? Scheiße, was war das? Holt das Team sofort raus! Aus dem Gewitter wird ein Doppelsturm! Da, die Höhle wird geflutet! Was du nicht sagst! Ihr findet einen anderen Ausweg! Wir gehen wieder runter! Ich kann das nicht. Ich bin kein Taucher, Frank! Du kannst das, weil du musst! Ich will hier nicht sterben. Wir schaffen es hier raus, hörst du. Wir folgen dem Fluss, bis wir ins Meer kommen. Hier landen. Sicher? Nein. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Den Spruch hätte sie sparen können. Nein! Gib mir deine Hand! Wir finden einen Weg raus. Uns läuft die Zeit davon. Du bringst uns alle um! Du darfst nie aufgeben. Egal was passiert. Du darfst nie, niemals aufgeben. James Cameron sent him. In 3D. Ich bin eingenesin... Ich muss andere da Jesus erzählen. Du darfst nie. Es war nicht weg. Das war nicht. Du darfst nie. Ich muss wahrscheinlich bumm 36.